Du hast ja eine Wette laufen, hast du mir erzählt. Ja, ja, klar. Und die hat's in sich. Lieber Frank, jetzt musst du da rein. Wenn die beißen, dann haben wir auch einen Notfallkoffer dabei. Wettschulden sind Ehrenschulden. So Leute, dann wollen wir mal gucken. Elstners Reisen, die Retter der Haie. Samstag, 20.15 Uhr.